Heute geht es um ein spannendes Thema, Schimmel. Schimmel ist eine echt eklige und unangenehme Sache. Optisch natürlich klar, nicht schön anzusehen, aber viel schlimmer ist, diese Sporen, die man nicht sieht, die in der Luft zirkulieren, wenn man die einatmet, kriegt man davon Atemwegserkrankungen, Bronchitis, Asthma soll das fördern, soll man von da kriegen können. Ganz schlecht ist es für Kinder, also für Leute, die halt noch ein schlechtes oder schwaches Muses haben, für alte Leute natürlich auch. Muss alles nicht sein. Deswegen wollen wir einfach mal heute Schimmel zerbröseln, auflegen oder das Thema einfach mal komplett zerlegen. Das Thema ist nämlich eigentlich überhaupt nicht komplex. Wenn man da ein paar Sachen beachtet, kannst du eigentlich jedes Schimmelproblem damit ziemlich einfach lösen. Das haben wir auch damit hingekriegt. Selbst die relevantesten Best Friends vom Mieterschutzbund haben wir damit lernen können. Wie das geht, da gehen wir jetzt mit los. Also, man muss einmal ganz klar unterscheiden. Es gibt bei den Neubauten, das sind KfW 55, 45, 40, also alles, was im Bereich Effizienz von Hydrianläge aus ist, enorm problematisch. Diese Häuser sind wirklich von der Gebäudehülle extrem dicht, also die sind dicht. Die sind wirklich dicht. Da wird keine Zirkulation der Luft zugelassen von außen. Nur, wenn du eine Abzugshaube hast, die halt über das Dach entlüftet oder halt über die Außenwand oder die Lüftungen in den Badezimmern, also so ein Ventilator, der einfach die Luft raussaugt, auch über das Dach, dann wird mechanisch Luft zugeführt. Meistens durch Küchenfenster hast du in der Leibung so eine Metallschiene, daran kann man sofort erkennen, da kommt meistens Luft rein. Das ist alles. Das heißt, in diesen Häusern haben wir enorme Schwierigkeiten mit Schimmel, sowohl in den Wohnungen, selbst in Kellern, überall, weil einfach keine Luft mehr zirkulieren kann. Aber das ist, glaube ich, nicht das Kernthema. Das Kernthema ist im Bestandsbau, Altbauten, da hat man es auch immer. Und es ist, ja, ihr werdet das vielleicht schon erahnen, es ist aus meiner Sicht zu 90 plus x Prozent Mieter- und Lüftungsverhalten. Denn bauliche Mängel sind wirklich sehr selten. Bauliche Mängel sind auch in der Regel oft bekannt. Bauliche Mängel muss man aber auch, wenn es daran nicht, natürlich sofort abstellen. Gar keine Frage. Zum einen, man möchte ja nicht dafür verantwortlich sein, dass man jemanden gesundheitlich schädigt oder halt eben in der Situation aussetzt. Das andere ist dabei, bei Baumangeln, es wird nicht günstiger. Je länger du wartest, der Schall wird größer, der Impact wird größer, also es wird immer nur teurer. Daher, also wenn es Baumangel ist, unbedingt sofort beheben, so schnell du es kannst. Und Folgeschehen natürlich auch, es ist dein Interesse. So, wie stellen wir fest, ist es Mieter oder Baumangel? Also, das erste, was ich mal frage, ist, ich schreibe am besten mal mit, macht euch eine Checkliste. Was ist immer schwarz? Wenn du eine Mängelmeldung kriegst und der sagt, da ist ein Schimmel. Die erste Frage, die ich mir stelle, was hat sich geändert? Warum jetzt? Warum nicht letztes Jahr? Warum ist es so? Das heißt also, erst, was ich mal gucke, ist Nummer 1. Ich schreibe nochmal drauf, Veränderung. Hinterfrage, was ist anders? Hast du eventuell am Objekt bauliche Veränderungen vorgenommen? Mieterwechsel? Fans ausgetauscht? Also, das erste, was ich mir frage, ist, warum heute und warum nicht letztes Jahr zur Heizungsperiode oder zum selben Zeitraum? Das ist das erste, was ich mir hinterfrage, ist, was hat sich geändert? Oft ist es nämlich so, das passiert oft beim Mieterwechseln. Das heißt, dann weißt du, okay, das ist ein sehr, sehr eindrückliches Indiz dafür. Vormittag hatte keine Schwierigkeiten, neun Mieter schon. Sehr, sehr groß Indiz dafür, dass du im Bereich Lüftung unterhalten musst. Was wir bei Schimmelmeldung immer machen, ist, das zweite, Sorge dafür, dass die Mieter sensibilisiert werden, dass sie wissen, wie man lüftet, was man machen muss, wie das Ganze zusammenspielt mit kalter Luft, warme Luft, Luftfeuchtigkeit, dass du einmal, ich schreibe mal auf, richtiges Lüften erklärst. Wir haben dafür auch eine Broschüre. Richtiges Lüften. Hausüberzeichen. Bei den Haus- und Grundverträgen, die Mietverträge von Haus- und Grund, da ist, glaube ich, auch eine Anlage dabei, wo man erklärt, mit Stoßlüften, Querlüften, wie lange. Also, stell das sicher, dass das der Mieter erhält, dass das gelesen und verstanden hat. Erklären das nochmal. Das ist nämlich sehr oft, ja, der Hauptgrund, aber muss auch fairerweise sagen, die meisten Mieter, egal wie ich sage, nein, er lüftet genau richtig und er weiß das natürlich und das ist alles klar und du wirst ja schon immer und keine Ahnung, war schon in Wiege gelegt und so weiter. Also, das ist immer ein Thema, ist eigentlich pro forma, aber stell es sicher. Also, stell den Mieter das zur Verfügung. Wie gesagt, wenn du keine Broschüre hast, wie wir, dann, wie gesagt, nimm aus dem Haus- und Grundvertrag, ich glaube, letzte, folgte Seite, eine Anlage, da gibt es richtiges Lüften mit Bildern und alles erklärt. Stell das zur Verfügung, erklär das ihm und sage, bitte daran halten. So, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man eventuell Verbesserungen eintreten sollte, ist aber eigentlich sehr selten, weil, wie gesagt, jeder sagt pauschal, ich lüfte immer, immer richtig, immer ausreichend, das wissen die, das wissen die. Daher ist das nicht, was ich immer mache, ist Vor-Ort-Termin. Das heißt, wenn das damit nicht behoben ist, da machst du vor Ort einen Termin aus. So, was machst du da? Lass den Schimmel zeigen. Also, den wirst du wahrscheinlich auch vorher dir zeigen lassen, aber per Bilder. Wir sagen immer, zu einer Mängelmeldung gehört auch ein Bild dazu oder mehrere oder auch ein Video. Heutzutage ist das ja kein Problem, jeder kann das aufnehmen, per WhatsApp, per Mail, per FaceTime, was auch immer. Es gibt so viele Technologien, jeder kann das. Es gibt kaum Leute, die wirklich kein Smartphone-Handy haben, also sprich, die dazu nicht in der Lage sind. Ganz wichtig ist, wo ist der Schimmel? Und zwar ist es halt so, wenn es lüftungsbedingtes Schimmelproblem ist, hast du es in der Regel an den kältesten Stellen im Raum. Die Luft zirkuliert. Warme Luft steigt nach oben, kühlt sich ab, fällt wieder runter. Wird erwärmt durch die Heizungsluft zum Beispiel. So zieht das Ganze. Das heißt, es passiert erst mal an Stellen, wo nicht oder schlecht zirkuliert werden kann. Das ist so typischerweise, wenn ich einen Kleiderschrank habe, am besten so einen 3,5 Meter langen Kleiderschrank, den ich richtig packen, richtig eine Wand dran stelle. Das ist so ein Punkt, da kann Luft nicht zirkulieren. Das heißt, das ist per se oder prädestiniert für so eine Stelle. Außenwand. Und zwar ist das die zweite Regel dabei. Nicht, wo Luft nicht zirkulieren kann. Das zweite ist die kälteste Stelle im Raum. Das ist per se die Stelle, wo sich die kalte Luft absetzt. Und da die Luftfeuchtigkeit trägt, wird da quasi Wasser transportiert. Wasser bleibt immer drauf stehen. Immer wieder und dann bildet sich irgendwann Schimmel. Das heißt, es sind typischerweise in den Ecken ganz gerne Außenwände, Fensterlaibungen, an den Fußleisten die Stellen. Also einfach der kälteste Punkt im Raum oder die kältesten Punkte im Raum. Das heißt, in der Regel, wenn du ein Foto davon siehst und du hast eine von diesen üblichen verdächtigen Stellen, ist das auch schon mal ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass es wieder beim Mieter oder beim Lüftungsverhalten ist. Und ja, ich weiß, jeder Mieter sagt dir, klar, du bist gefangen am Lager. Du bist ja Vermieter oder vertrittst den Vermieter. Du bist Eigentümer, bist Investor. Und deswegen hast du immer natürlich das Argument, es ist der Mieter schuld. Ja, aber wir zerlegen das Ganze. Du wirst dir das ganz klar 1 zu 1 aufzeigen können. Wenn du die Liste befolgst, wirst du immer, oder haben wir bis jetzt immer hingekriegt. Und wir haben auch echt einige Hardcore-Mieter. Komm, du wirst jetzt alles klären. Das wirst du auch hinkriegen. Also, wir machen einen Vor-Ort-Termin. Da lass uns zeigen. Du brauchst jetzt noch zwei Geräte. Die musst du einmal beschaffen. Das eine ist, deswegen mache ich einfach mal 3.1. Du brauchst einmal ein Messgerät für die Feuchtigkeit. Das heißt, das habe ich auch gar nicht dabei, das zeige ich dir gleich. Das Ding sieht so aus. Es gibt auch mehrere Geräte. Du musst dir eins holen mit einem Kugelkopf hier. Metall, hört man? Bestimmt, ne? Es gibt noch welche, die haben zwei solche Stifte raus, zwei Stifte, die ganz spitz sind. Die musst du im Mauerwerk reindrücken. Die würde ich nicht empfehlen. Dieses Gerät macht folgendes. Es misst die Feuchtigkeit, je nach Geräteklasse. Also, die fangen an, ich glaube, bei so 70, 80 Euro fangen die an. Die messen dann quasi hinter der Kugel 3 cm tiefer die Feuchtigkeit im Mauerwerk ohne Bausatzöffnung. Also, ich muss nichts aufkloppen, ich muss nicht aufspitzen. Ich halte das einfach gegen eine Mauer oder gegen irgendeinen Gegenstand und das misst 3 cm hinter der Kugel. Die Supergeräte messen bis zu 7 cm hinter der Kugel. Also, das ist der Grund, warum die Geräte sich im Preis unterscheiden. Es gibt auch welche für 300 Euro. Das ist halt so die Tiefe, wie tief das halt messen kann nach Luft, äh, nach der Feuchtigkeit. Die haben dann, ähm, Digitalanzeige. Ich weiß, ob man es sehen kann, ob ich auch noch Licht einschalten. Ja, ich hoffe, da kann man es sehen. Ähm, da gibt es solche Anzeigen mit Zahlen, da sind man Digits. Und diese Digits zeigen dir an, wie feucht diese Stelle dahinter ist. Ähm, ihr müsst gucken. Gerätebeschreibung auf jeden Fall anschauen. Die haben verschiedene Skalen. Die einen sagen von 0 bis 100, die einen von 0 bis 160, einige gehen bis 200. Also, das heißt, eine 100 ist nicht überall gleich klatschnass. Bei einem Gebiet, was bis 200 geht, ist natürlich die Skala halb voll. Das heißt, das Ding ist vielleicht gerade mal feucht, ne. Daher ganz wichtig, guckt euch die Bedienungsanleitung an, weil die Dinger haben auf jeden Fall, ähm, erklärt, in so einer Tabelle, was du misst. Es ist auch nicht gleich, ob ich, äh, zum Beispiel Stahlbeton messe, ob ich, ähm, Digits zum Beispiel hat ganz andere Werte, ähm, als zum Beispiel ein normales Steinmauerwerk oder Ziegelmauerwerk. Daher ganz wichtig, Beschreibung lesen, da ist immer so eine kleine Tabelle dabei, da steht dann meistens drei, vier Spalten, wo dann steht, was du misst. Und dann kommt halt darunter, welche Werte heißt trocken, welche heißt feucht, welche heißt nass. Was ich noch unbedingt zeigen wollte, ist, wie so eine Messung aussieht. Also, pass auf, ich sag ja immer, ich mache, warte, ich mach mal Licht an hier, kann man besser sehen. Ähm, so, jetzt ist es auf 0. Ich messe einmal mein Blut. So, wie ihr seht, habe ich hier 94, 91, 86, ne? Das heißt, damit kann ich euch zeigen, dass das Ding auf Feuchtigkeit ausschlägt. Und jetzt machen wir das einmal an der Wand. Kann man es gut sehen. Es hat eine 15, eine 13, 12, 6, einmal kurz, 9. So, ich habe jetzt einfach mal hier die 15 als Beispiel genommen. Also, daran kann man gut auf jeden Fall das ablesen. Hier ist in dem Fall, haben wir verputzte Ziegelmauerwerkwand. Da ist Wert 15, heißt furztrocken. So funktioniert einfach so eine kleine Messung. Wie gesagt, einfach hier auf Messen drücken. Ähm, das war's. Mehr ist halt gar nicht dabei. Der hat halt noch Werte mit Minimum, Maximum dabei und so weiter. Ähm, brauchst du in der Regel alles nicht. Ne, mach halt einfach mehrere Punktmessungen. Ne, kannst halt dem immer zeigen. Guck mal hier, die Werte. Das war's. Mehr brauchst du nicht für eine Messung. So, dieses Gerät ist schon mal ein sehr großer Dienst dafür. Mit dem gehst du hin, dann zeigst du, ich mache immer eine Messung einmal gegen meinen Körper. Da ist Blut drin. Blut basiert auf Wasser. Das heißt, da habe ich immer eine Messung von fast Vollausschlag. Ne, immer 99 Prozent, 100 Prozent, 98 Prozent. Dann zeige ich mir, guck mal hier, mein Blut, Wasser, passt. Dann gehe ich immer hin, ich lasse mir den Raum zeigen. Dann gehe ich mit Absicht an eine Stelle, wo kein Schimmel ist. Und dann mache ich da ein paar Messungen. Ne, mal ein paar Punkte. Dann siehst du die Werte, die normal sind. Also normal in Anführungsstrichen, also da, wo kein Schimmel ist. Und dann gehst du an die Stelle, wo der Schimmel ist. Und hältst du da dran. Dann siehst du, ist der Wert damit vergleichbar, was du vorher gemessen hast, oder ist es ein Wert, der deutlich höher ist? Nummer eins. Damit kannst du schon mal ziemlich gut einkreisen und ziemlich genau sagen, okay, ist es tendenziell eine Feuchtigkeit im Mauerwerk, ja oder nein? Und das ohne Bauteilsöffnung. Das ist schon mal ganz gut. Reicht, aber nicht immer. Das ist ja leider so. Weil es ist zwar ein Gerät, ein Gerät, was eine Anzeige hat, was ablesbar ist und du kannst auch bitte auch mit dem Mieter machen und kannst sagen, guck hier drauf, guck auf die Anzeige, lies da selber ab, hält es ihm ins Gesicht. Aber glaubst du mir, es gibt Leute, die wollen im Land immer noch diskutieren. Deswegen gibt es noch ein zweites Gerät, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Weil was du jetzt an der Schlepp machst, kommt jetzt noch ein halber Schritt dazwischen. Das ist dann Punkt 3, Punkt 1. Du guckst, wo ist der Schimmel? So, das heißt, es ist ganz einfach, wo ist der Schimmel? Der meiste Aufbau ist, du hast Mauerwerk, Tapete, Farbe. So, wenn ich jetzt von der Seite vom Wohnraum Schimmel drauf habe, dann wisch ihn kurz weg und danach machst du die Tapete ab an der Stelle. Am besten ist es so, wenn du abklappen kannst. Dann guckst du, ist der Schimmel befreundlich. auf der Seite des Wohnraums oder auf der Seite des Mauerwerks. Wenn der Logik nach der Schimmel aufgrund eines Bauschadens vom Mauerwerk herkommt, muss er ja von der Seite kommen. Das heißt, dann ist er unter der Tapete und drückt sich irgendwann nur durch. Sollte aber der Schimmel auf der Tapete sein und darunter, wenn du hochklappst, kein Schimmel vorhanden sein, nackte, blanke Wand, die aussieht, wie vor 30 Jahren oder wie auch mal ausgesehen hat, ganz, ganz klar das Indiz dafür, wo es herkommt. Daher wie gesagt, guck, dass die Tapete am besten, und das ist oft so, wenn die Tapete verschimmelt ist, ist die so sehr hart, sehr, sehr bröckelig teilweise, aber dadurch, dass sie so hart ist, kann man die meistens an so einem Stück hochziehen. Ja, guck mal, dass du es hinkriest, weil das wäre das Nächste, wo ich dann sage, sag ich, pass auf, wo kommt der Schimmel her? Drückt er sich durchs Mauerwerk oder wird er vom Wohnraum her? Naja, also wo entsteht der? So, ist auch sehr gut, hilft, da bist du bei 70% der Bewohner. Damit hat 70% der Bewohner durch, aber wir sind noch nicht bei 100. Jetzt kommt nämlich unser, oh, na 3,1 kommt 3,2, ne? Das ist 3,2 mit gemeint. Jetzt kommt unser Schritt 3,3. Ein Hygrometer. Jetzt messen wir noch mal die Luftfeuchtigkeit. So, ich schreibe mal Luftfeuchtigkeit hin. Weil Luftfeuchte. Und zwar ist es ja so, Luft transportiert sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Durch Kochen, durch Duschen, durch Baden, allein durch Ausatmen. Unsere Atemluft hat auch Feuchtigkeit. Man sagt, glaube ich, dass man in der Nacht, also in 8 Stunden Schlaf oder 7 Stunden Schlaf, wie so ein Mensch halt hat, ich glaube, 2-3 Liter Feuchtigkeit oder Wasser der Körper abgibt einmal durch das Atmen und gelegentlich durch Schwitzen auch. Das heißt, die nimmt die Luft auf und verteilt sich im Raum. Wie gesagt, an der Kälteste schildert sich ab und weil da immer Wasser hinkommt, entsteht der Schimmel. Jetzt sagen ja alle, wie gesagt, ich mache alles richtig, ich lüfte und ich mache das alles so, wie es sein muss. Das kannst du mit einem Luftfeuchtigkeit ein Hygrometer belegen, dass der nicht so ist. Die Geräte kosten, es gibt davon bis. Wir kaufen die, weil wir schnell bei Mietern die auf. Ich glaube, Dreierpack für 20 Euro oder so. Bei Pearl. Es gibt da echt auch wieder ganz, ganz große Breite dabei. Du kannst für die Dinger auch 200 Euro, 300 Euro investieren. Letztendlich war es dabei wichtig. Ich habe auch eins dabei. Das ist jetzt so eins, was wir halt immer gerne verteilen. Ja, der will jetzt irgendwas von mir. Also, was ist dabei wichtig? Das Gerät stellst du in den betroffenen Raum. Ganz wichtig. Der zeigt dir an. Alles. Der möchte jetzt gerade, dass ich hier einen Alarm einstelle. Also der kann auch alarmieren. Wir müssen ja alles gar nicht können. Wichtig ist dabei, das Ding soll dir nur anzeigen, was ist die Luftfeuchtigkeit. Das ist wichtig dabei. Temperatur. Ja, es gibt einen Siedelpunkt oder einen Taupunkt. Ist aber schon viel, viel zu weit. In den meisten Fällen reicht das alles aus. Also, wenn du bis hier bei Punkt 3,3 bist, bist du in der Regel mit dem Mieter immer fertig. Du hast das Ding, die Ursache immer gefunden. Und bist eigentlich damit klar. So, jetzt habe ich das Ding nicht mehr verstellen. Ist Vorführeffekt. Also, die Geräte stellst du in den betroffenen Raum und die zeichnen die Luftfeuchtigkeit auf. Dabei ist wichtig, dass du hingehst. Ich zeige es einfach mal mit der Kamera. Vielleicht kann man es sehen. Sonst mache ich gleich davon mal ein einzelnes Video. Hier hast du den Vorteil, es ist eine Skala drauf. Das ist auch mit Farben. Das heißt also, gelb, grün, rot. Ampelsystem. Kann jeder sofort sehen. Ich kann hier auch einen Alarmeinstellen bei den Geräten. Der möchte das nämlich auch gerade. Ich habe jetzt gerade hier, ich habe umgestellt auf Fahrenheit. Also, ich habe gerade 78,2 Fahrenheit und 56 Prozent Luftfeuchtigkeit hier in dem Raum, wo ich mich gerade befinde. Man hat hier so einen roten Strich, dass ich weiß, ob man das gut sehen kann. Ich mache davon einfach mal nochmal ein paar Bilder. Ich stelle mal ein paar rein. Ich verlinke euch auch unten in den Shownotes ein paar von den Dingern, ein paar von den Feuchtigeanlassgeräten, wo ihr die kaufen könnt. Wie gesagt, worauf es dabei ankommt, ist halt wichtig bei denen. Du musst am besten Ampelsystem haben. Das versteht jeder. Man versteht ganz klar, wenn das Ding rot ist, wenn es piept, wenn es blinkt, dass dann der Wert zu hoch ist. Da muss man lüften. Lüften heißt Fenster ganz auf. Ganz wichtig, weil lüften heißt für viele meistens auf kippen. Ganz auf und warten, bis der wieder im Grün ist. Und das ist halt so eine Aufgabe, die müssen das verinnerlichen. Die lernen dann damit, wie die richtig lüften. Das bringt denen das Gerät bei. Das heißt also, einfach in den betroffenen Raum stellen und sagen, sobald das Gerät anfängt zu pieken, sobald es anfängt, rot zu blinken, sobald die Skala im roten Bereich ist, bitte Fenster ganz auf. Lüften, so lange, bis der wieder grün ist, dann Fenster zumachen. Und das übst du so lange, bis du es kannst, bis du es beherrschst, weil dann hast du erst das richtige Lösungsverhalten gelernt. Das ist im Prinzip schon alles. Die Geräte, das sind Wert Einfallgeräte, die kosten, wie gesagt, ich glaube, drei Stück 20 Euro. Die zeichnen, glaube ich, die Skala, also wichtig ist die Aufzeichnung. Also, es ist immer schön zu wissen, was du jetzt just in time für den Wert hast, aber bei retenten Mietern ist es immer gut, wenn du nachweisen kannst, wo die einen Peak hatten, wo die einen Ausschlag hatten, wo die also, ja, viel zu viel Luftfeuchtigkeit hatten. Daher ganz wichtig, eine mit längerer Aufzeichnung, es gibt Geräte, die zeichnen einen Tag auf eine Woche, einige sogar ein Jahr, einige kannst du per Bluetooth auslesen, einige haben eine SD-Karte drin. Das ist, musst du halt gucken, was ist wichtig dabei. In der Regel reicht so ein Gerät schon, wenn du einen Mieter hast, der dich foppen will, dann musst du ein vernünftiges Gerät holen, ein Gerät, was auch nicht mobil ist, weil hier habe ich auch noch den Trick, ich kann das Ding einfach im Treppenhaus hinstellen, wo auch immer, also wo ich kein Problem mit Schimmel habe und er kann dir sagen, guck mal hier, immer grüner Bereich, trotzdem Schimmel, ne? Da gibt es auch ganz coole Lösungen, es gibt so einen Fenstergriff, wo du das drunter schrauben kannst, der zeichnet dann revisionssicher auf, der kann dann extra exportieren, er zeigt auch die Griffstellung, also ich kann auch genau dann immer sehen, wenn der Griff zum Beispiel quer gestellt wurde, was ja ein Indiz dafür ist, dass Fenster ganz gerettet wurde, dann kann ich sofort sehen, wie zum Beispiel sich das verhält, also sprich wie die Raumtemperatur und wie sich die Luftwaltigkeit absetzt und so weiter. Das ist dann so, dass wenn man halt wirklich für sehr schwierige Klienten hat, mussten wir auch schon einmal einsetzen, ansonsten reichen uns die Dinger und damit bringst du den Leuten bei, wie sie richtig lüften müssen, weil letztendlich ist das alles dabei, ich verlinke sowas einfach mal unten rein, schau dich einfach um, nach deinem Gusto, nach deinem Geschmäckle, das Gerät, was du dafür brauchst, im Prinzip erfüllen die alle ihren Wert und am einfachsten ist das mit Skalen, also Wert für eine Werte stehen und so weiter, muss man erst verstehen, einfach ist mit Farben und das Ding soll allem nähen können, das heißt, er soll am besten piepen und, also optisch und akustisch, also sprich auch irgendwie rot blinken, die hier blicken hier rot, hier in den Kreis rum ist so eine rote Lampe eingebaut, der blinkt dann ständig und piept dabei wie so ein Wecker, also so, also sehr penetrant, sehr nervig, aber damit zeigst du jedem schwarz auf weiß auf, was er falsch macht und darum geht es letztendlich dabei. Ich habe in unserem Büro einfach mal ein Gerät aufgestellt und dabei habe ich jetzt die Dusche angemacht. Die sieht man jetzt nicht in dem Bild, die ist links in dem Bild. Jetzt siehst du, dass langsam die Anzeige gleich steigen wird. Links unten steht, dass wir aktuell 25 Grad Celsius haben in dem Badezimmer oder in der Dusche und rechts die Anzahl, die 49, zeigt an, dass wir 49 Prozent Luftfeuchtigkeit haben. Du siehst oben die Balken, jetzt steigt da eine, guck mal auf 69, die Luftfeuchtigkeit steigt auf jeden Fall an. Du siehst also deutlich, wie sich das gerade verhält. Es geht noch weiter, ich habe es noch ein bisschen laufen lassen. Schau, das kommt gleich noch weiter. Der macht gleich ein bisschen ein Update. Man sieht an den Balken auch, dass er zu höher steigt. Die Balken gehen von rechts nach links weg. Jetzt kam das nächste Update, 76 Prozent. So sieht man ganz klar, wo die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Was man nicht so gut hier sehen kann, aber das kannst du mir glauben, dass das so ist, oder du bestellst die Geräte, dann kannst du es selber anschauen. Es ist ein dünner Strich zwischen diesen drei Balken und dem vierten. Da ist so eine geschwächtete rote Linie. Daran siehst du schon, dass du jetzt schon nicht mehr im grünen Bereich bist. So, gleich fängt er an zu blinken und er kann auch noch piepen, wenn man es einstellt. Unten sieht man jetzt das kurz blinken, er ist über 80 gegangen und so ist die Funktionsweise von diesem Feuchtigkeitsmessgerät. Das war es im Prinzip schon. Ich hoffe, damit konntest du verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das sind so die Punkte, wenn du die als Checkliste durchgehst. Danach wirst du, also außer du hast einen baulichem Mangel, hast du keine Schwierigkeiten mehr. Damit kriegst du eigentlich immer das Thema Schimmel ganz gut im Griff. Was gibt es dazu zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin damit durch. Wenn du Fragen hast, wenn was unklarer, unten ein Kommentar rein. Ansonsten, wenn es dir geholfen hat oder zukünftig hilft, mach die Checkliste davon, geh immer Schritt für Schritt durch, guck, wo ist das Problem, was ist neu, was hat sich geändert, guck die Geräte durch, sprich mit den Leuten. Schritt für Schritt, alles durch, damit hast du das Thema schnell im Griff. Was die Währung hier ist, weißt du, das ist Daumen hoch, das ist Teilen, das ist Leiten. Wenn es dir gefallen hat, schick es jemanden vielleicht, der es noch gebrauchen kann und wie immer, Daumen nach oben und ich freue mich auf die Kommentare. Bis dann!